Okay, wir haben es jetzt 9.27 Uhr. In weniger als drei Minuten startet die Hupfer Popup Expo Medical Edition 2023. Wir warten richtig, richtig viele Kunden. Einige sind schon da. Wir sind mega hyped, mega excited. Es wird eine richtig tolle Veranstaltung. Kommt einfach mal mit, wir gucken es uns an. Okay, nächste Station. Hupfershowroom. This is where the magic happens. Also für uns, die wir das erste Mal hier dran teilnehmen an der Hupfer Popup Expo, muss ich sagen, weiß ich jetzt schon, ist es nicht das letzte Mal. Wir sind begeistert und ärgern uns, dass wir nicht schon beim ersten Mal dabei gewesen sind. Es klappt alles. Von der Organisation über die Durchführung, die Aufmachung, hier im Showroom, die neuen Produkte. Es ist einfach mega. Tolle Vorträge. Was soll man sagen? Mehr geht nicht. So, jetzt erstmal eine kleine Stärkung. Kommt mit ins Foodzelt. Ich bin hier, weil ich den Austausch mit den Kollegen aus anderen Häusern für sehr sinnig halte. Und ich gerne auch die anderen Kollegen immer wieder treffe. Und das ist eigentlich so der Hauptgrund. Das war die Hupfer Popup Expo 2023 in der Medizin Edition. Die Gäste gehen jetzt langsam nach Hause. Es war wirklich eine Bombenveranstaltung. Hat unglaublich viel Spaß gemacht. Viele tolle Referenten. Viele tolle Aussteller, die mit dabei waren. Wir freuen uns auf die nächste Ausgabe. Nächstes Jahr im Sommer. Seien Sie bitte dabei. Vielen Dank.